Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zum 40. Teil der Chronologie der Viervangeliumsberichte zusammengelegt. Wir machen heute hier weiter, da ja alles rot eingeblendet ist, mit Matthäus 23 ab Vers 27 und werden uns die nächsten 15 Seiten hier anschauen, das heißt bis Seite 229 und wir legen dann mal gleich los. Wer euch, sagt Jesus, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, da ihr gleicht Gräbern, die getüncht wurden, welche außen zwar erscheinend verziert, innen aber voll sind mit Knochen der Toten und jeder Unreinheit. Ja, so vergleicht Jesus einige oder viele, ist schwer zu sagen, zu seiner Zeit, 30 bis 34 nach Christus, der schriftgelehrten Pharisäer, die er da vor sich hatte, die von außen her aussahen, ja, als wären das heilige Juden, ja, in der Kleidung, Gedenkquasten, ja, und saubere Kleidung und vielleicht gehobene Kleidung und alles so von außen, könnte man sagen, so schick, schick, ne, aber Jesus kann auch das Innere des Menschen sehen, dadurch, dass er auch ein Prophet ist, weiß, was im Inneren vorgeht, ja, und da sieht es nicht so gut aus, ne, da wird es hier verglichen halt mit Knochen der Toten und die unreinen Tiere, die meistens in einem Grab wahrscheinlich auch noch drin sind, ja, und es heißt natürlich, dass die im Inneren, in den inneren Werten halt, ja, nicht gerecht waren, sondern genau das Gegenteil taten von dem, was das Gesetz fordert, ja, dort halt sündigt, sündigt, ja, Heuchlerei wird sie genannt, also man hat Dinge zwar gesagt, aber sie selber gar nicht im Inneren umgesetzt, ja, da ist man voller Hass und, ja, Jesus hat man ja auch gehasst, zumindest einige, die am besten tot sehen wollten und vielleicht mit Absicht lange beten, aber gar nicht so wirklich daran glauben oder es nur zur Schau stellen für die Menschen, ja, daran haben sich einige Pharisäer und Schriftgelehrte damals versündigt oder viele, die genauen Zahlen kennen wir hier nicht. So heißt es weiter, so auch ihr, von außen zwar erscheint ihr den Menschen gerecht, ja, ja, trägt ein Bart, ja, Gedenkfasten hat er an der Kleidung, naja, ja, sieht so aus, das würde der gerecht sein, ja, sieht nur so aus, von außen. Inwennig aber gedunsen seid ihr mit Heuchelei und Gesetzlosigkeit, ne, also im Inneren war da nicht so viel mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und, ja, und dass man da mehr nach außen hin sagt und tut, ja, so tut, damit die Leute denken, man sei so irgendwie so ein Priester oder ein Heiliger, ja, ein Pfarrer, aber im Inneren da gehen ganz merkwürdige Sachen vor sich, wo man dann sagt, ach, das Gesetz Gottes, ach, das ist alles nicht so wichtig und die Leute wollen es hören, deswegen sagen wir es ihnen, aber so wirklich selbst dabei sind, sind wir auch nicht. Ja, Gesetzlosigkeit, ne, einerseits die Gesetze im Tanach, die da geschrieben sind, nicht mehr gänzlich einhalten, vielleicht noch andere Gesetze hinzufügen, was ja auch nicht gut ist. Wäre euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, da ihr baut die Grüfte der Propheten und ihr schmückt sie, die Gräber der Gerechten. Ja, ist ja an sich erstmal so nichts Verkehrtes, aber. Und ihr sagt, wenn wir wären in den Tagen der unserer Väter, keinesfalls etwa wir wären Teilhaber ihrer an dem Blut der Propheten. Also, sie wussten selbst, dass ihre Vorfahren dort gerechte Menschen umgebracht haben, weil die Propheten zum Beispiel waren und Sachen gesagt haben, denen wahrscheinlich nicht so gepasst haben oder halt, ja, in ihren Augen Gesetze übertreten haben, die den Tod verdienen, aber letztendlich mit dem Gesetz, das eigentlich zum Einklang war, ja, und damit, wie gesagt, hier diese, ja, Juden generell, die daran beteiligt waren, hier, ja, selbst ein Problem haben, ja. Sie sind teilhaftig dem, den Prophetenmördern, wie wir gleich noch lesen, ne. Daher bezeugt ihr euch selbst, dass Söhne ihr seid, der Mörder der Propheten. Ja, das ist doch die Frage, warum man jetzt da die, ja, die Gräber wahrscheinlich noch schmückt, auch von denen wahrscheinlich den eigenen Vätern, die die Propheten umgebracht haben, ne. Aber selbst geben sie ja damit zu, dass ihre Vorfahren das getan haben, aber sie selbst tickten ja sehr ähnlich, ne. Ja, selbst wollten auch Jesus umbringen, der in ihren Augen kein Prophet war und vor Gott aber ein gerechter Mensch war. Ja, ja. Auch ihr macht voll das Maß der euer Väter. Schlangenbrut der Wiebern, wie möget ihr fliehen von des Gerichts des Gehenna. Ja, und das Maß voll ist, wenn halt zum Beispiel Juden ihre eigenen Leute umbringen, heißt ihr eigenes Volk und das gerechte Volk, nicht Ehebrechernmörder, Ja, das ist kein Problem. Damit macht man das Maß, wie gesagt, nicht voll. Aber wie gesagt, gerechtes Blutvergießen, ja. Leute verurteilen, die gar nicht einen Tod verdient haben oder eine Strafe verdient haben, das sammelt dann halt, ja, Zorn an. Und wenn das Maß dann nach voll ist, schreitet Gott ein. Zeichnet sie als Schlangenbrut der Wiebern, ne, also Kinder des Satans. Ja, wie wenn sie so weitermachen und keine Buße tun und nicht umkehren, ja. Wie wollen sie denn halt aus dem Feuersee entfliehen, ne. Nach ihrem jetzigen Stand, wenn sie nicht umkehren und Buße tun, dann kommen sie halt ins Gänna Feuer, in den zweiten Tod am Ende, ja. Wenn es da an Buße mangelt, ja. Und die Heuschelei nicht aufgegeben wird. Von, wie gesagt, einigen Pharisäern, Schriftgelehrten oder vielen in der damaligen Zeit. Durch dieses hier, ich schicke zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Ne, heißt, er schickt selbst hier diese, ja, Gerechten, die mit der richtigen Lehre kommen, ne, also mit dem Tanach kommen und nicht mit noch hier Schriften der Alten und versuchen da irgendwie Leute zu überzeigen, sei es in Juden oder Heiden, die die richtige Weisheit mitbringen, ja. Wie man Gott, Gottes Schrift verstehen soll. Und auch Propheten schickt Gott weiterhin, ja, durch Jesus Christus, damit das Volk gewarnt wird, ja, oder halt zurechtgebracht wird. Und es würde sein, dass wahrscheinlich einige Pharisäer und Schriftgelehrte nicht an Jesus glauben, sowohl diese Propheten, ja, wenn sie zu ihnen sprechen würden, Töte, du bist kein Prophet Gottes, du widersprichst den Überlieferungen der Alten, was weiß ich, ne, oder deine Weisheit ist nicht von Gott und Richter, Schriftgelehrter bist du auch nicht, ne, so wird man ja wahrscheinlich verurteilt werden von dieser Kaste von Menschen, die in einer gewissen Schulausrichtung sind, wie man die Schriften zu verstehen hat, ja, wenn man da erstmal an der Macht ist. Ja, viele von ihnen werdet ihr töten, heißt es, und kreuzigen, und von ihnen werdet ihr geißeln in den euren Synagogen, also in den Versammlungshäusern, und werdet sie verfolgen, von Stadt zu Stadt. Ja, das lesen wir Apostelgeschichte, dass das da auch passiert ist, dann, wenn die Juden, die an Jesus glauben, die Juden missioniert haben, ja, mit der Evangeliumsbotschaft, dann hat man diese Leute verfolgt, ja, getötet, gekreuzigt, das liest man jetzt selber nicht in der, ja, im sogenannten Neuen Testament, aber in der Überlieferung ist es auch wiedergegeben, nachdem, also die späteren kamen, nachdem die, das Zeit, ja, die Achse der Bibel um ca. 100 nach Christus beendet war, und danach gab es natürlich weiter Verfolgungen von Juden und von Heiden, die an Jesus, also an das Neue Testament glaubten. Kreuzigung, Tötung, Verprügeln, Gewalt in den Versammlungshäusern, wenn sie das Recht dazu hatten, in manchen Ländern war das so, oder Städten. Ja, und wenn sie da irgendwie missionieren und abhauen, dann kontrolliert man auch, ob die Unwesen auch in einer anderen Stadt treiben, und dann haben sie die da auch verfolgt, ne, hier, da, ach, da sind wir hier, diese Jesus-Jünger, weg mit euch, ja. Damit kommen möge über euch alles gerechte Blut, das vergossen wurde auf die Erde von des Blut des Abels, des Gerechten, bis des Blut des Zacharias, des Sohnes Berachias, welchen ihr ermordet habt, inmitten des Tempels und des Opferaltars. Ja, hier schreibt uns doch mal Gott dieses Beispiel auf, in Bezug auf gerechtes Blut, ne, darum geht's, wenn ihr Menschen umbringt, die meinen Willen tun sollen, die einen richtigen Glauben haben, oder ihnen Böses antut, ja, kreuzigen, schlagen, was auch immer, bis hin zum Tod, ja, dann, in Gottes Augen habt ihr gerechtes Blut vergossen, in euren Augen ist es halt sündiges Blut, aber wenn es gerechtes Blut ist, dann wird Gottes Heim suchen bei der Generation, bei den Menschen, irgendwann, ja. Und Gott sagt hier, es wird an euch heimgesucht werden, ja, für, wie gesagt, Anfang wissen wir, Abel, der wurde auch von seinem Bruder Kain getötet, und Abel hat nicht gesündigt, er war ein Gerechter, so wie es ja heißt, hat ihn jetzt also nicht, den Abel getötet, weil er ein Ehebrecher war oder so, nein, er war einfach neidisch und war nicht zufrieden mit dem, wie Abel gelebt hat, der war Gott treu, ne, und das hat dem Kain gestört, ja, weil halt Abel nicht so gewandelt ist, wie Kain das wollte, ja. Ja, und bis zuletzt hier, wahrscheinlich der letzte Mensch, der noch umgebracht wurde zu der Zeit, der Gerechte hier, Zacharias, wer das auch immer ist, das könnt ihr, der Vater von Johannes der Täufer sein, aber nur rein theoretisch, vom Namen her ist das nämlich immer nicht so einfach, alles abzuleiten, manche meinen es auch irgendwie der Zacharia aus dem Alten Testament, der Prophet, aber auch, wie gesagt, hat es da mit Namen zu tun, Übersetzung, das ist dann an sich nicht so einfach zu ermitteln. Ja, auf jeden Fall geht es um einen Gerechten, der dort, wie gesagt, auch umgebracht wurde, ja. Ermordet heißt es sogar hier, ne, also unrechtmäßig, wahrscheinlich, ja, hier im Tempelbereich, ja, könnte ein Priester gewesen sein, ja. Und das häuft den Zorn an, gegenüber das eigene Volk, wenn die Leute ihre eigenen Leuten zu Unrecht töten. Amen, ich sage euch, es werden eintreffen, diese Dinge, alles auf die, diese Generation, ja, mal wieder eine komplette Heimsuchung, ja, gegen die Juden, die böse sind und nicht Buße getan haben, um circa 30, 34 nach Christus, ja, und er sagt, ihr, eure Generation, das liegt also nicht ein, 200, 300 Jahre in der Zukunft, wo ich die Rache ausüben werde gegenüber euch, dass ihr eure eigenen Leute abschlachtet, getötet habt, weil ihr meintet, sie seien ungerecht, sie seien Sünder, ja, aber sie haben den Weg der Wahrheit euch mitgeteilt, euch hat es nur nicht gepasst. Tja, Jerusalem, Jerusalem, die umbringt die Propheten und steinigt die geschickt werden zu ihr. Wie oft wollte ich versammeln, die deine Kinder, mit welcher Weise eine Henne versammelt, die ihre eigenen Küken unter die Flügel und keinesfalls habt ihr gewollt. Ja, Gott hat Propheten geschickt, immer wieder, auch nach Jerusalem, ja, bis hin zu seinem eigenen Sohn, Jesus Christus, und haben alle Menschen in Jerusalem Buße getan, vor allem die Schriftgelehrten und Pharisäer? Nein. Und wenn denen irgendwas nicht passt, und denen hat so vieles nicht gepasst, dann müssen wir halt diese Leute umbringen, ja, steinigen. Alles über die letzten 3000 Jahre passiert, ja, obwohl Gott es nur gut meint. Und er schickt diese Leute hin, und denen wird dann aufgezeigt, was Gott will, die Wahrheit. Sehen wir beim Propheten Jeremia, da hat die obere Kaste den auch nicht gerade glücklich empfangen, als er seine Wehrrufe und seine Ermahnungen gegenüber die oberste Kaste ausgesprochen hat. Ja, Gott sagt, er hat es so oft probiert, aber Jerusalem, die Einwohner von Jerusalem wollen nicht hören, nun gut, jetzt heißt es mal wieder alles kaputt machen, ne, wie vor, ja, 500 Jahren schon. Ja, Gott straft auch sein eigenes Volk, wenn es sein muss, wenn da mal wieder das Maß voll ist. Ja, sie wollten ja nicht, weil sie ihre eigenen Wege gegangen sind. Siehe, es wird gelassen euch, dass euer Haus, also der Tempel, öde, verwüstet kann man auch übersetzen, beides richtig, ne, also da bleibt wohl nichts mehr übrig vom Tempel. Ich sage gewiss demnach euch keinesfalls überhaupt nicht, mich werdet ihr zu Gesicht bekommen, von jetzt bis etwa ihr sagen mögt, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, in Klammern zu einem Pilgerfest. Ja, ne, erst mal schlechte Nachrichten, euer Tempel hier, der wird kaputt sein demnächst, ja, gescheitern auch, 40 Jahre später, circa, und er sagt auch, dass ihr, die ihr nicht Buße getan habt, die ihr nicht Buße tun werdet, die ihr meint, bis zu eurem Lebensende, ja, oder generell, nicht an den Inhalt des Neuen Testaments zu glauben, so könnte man es ausdrücken, ja, ihr werdet Jesus nicht wiedersehen, ja, werdet ihr nicht. Und zwar erst dann wieder, wenn diese Juden sagen, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, so gibt es theologische Überlegungen, viele Christen glauben das, die lehren zum Beispiel, ja, in der Zukunft, wenn die Juden irgendwann Buße tun und an Jesus glauben, dann kommt Jesus wieder. Das ist Quatsch. Das mag zwar eine Interpretation sein, die zulässig ist, die kann man ja so interpretieren, aber ich sage, nein. Ja, muss man anders verstehen. Ja, muss man anders verstehen. Es ist nicht das so, wie es ausschaut, ne? Hier geht es um eine Psalm, einen Wahlpfadtspsalm, ja, und er wird nur dreimal im Jahr laut der Bibel am Wahlpfadtsfest gesungen, gelesen, ja, und da steht das nämlich drin. Ich weiß wo, aber könnt ihr hier selber eure Hausaufgaben jetzt machen. Ja, und darum geht es. Es wird ein Tag kommen, da werden die Juden das sagen und wenn sie das gesagt haben, dann kommt Jesus wieder. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie vorher glaubten an Jesus, ja, sondern er deutet hier seine Wiederkunft an, wann er zurückkommt, ja. Da gibt es nämlich nur drei Termine. Ich weiß, das glauben auch nicht alle da draußen, aber ich habe darüber auch schon mal ein Video gemacht, da werde ich in Zukunft nochmal ein deutliches Video dazu machen. Ja. Und da sind wir jetzt wieder in Markus, schwarze Schrift heißt Markus 13 Vers 1. Und beim Hinausgehen seiner Person aus des Tempels sagte zu ihm einer der seiner Jünger, Lehrer, siehe, was für Steine mit Idealen und Widmungen es geschmückt ist und was für Gebäude des Tempels. Ah, hier, Lukas, Matthäus, nochmal hier ausgeschmückt, Markus, zusammen, ja, gebracht, so kommen da natürlich schon ein paar Details hinein. Klar, dass das da alles wahrscheinlich sehr schön aussah. Ja, alles Gold mit Perlen und Edelsteinen verziert. Ja, sah toll aus. Aber es bringt nichts, wenn die Menschen, die dort leben, in Jerusalem und am Tempel, nicht gerecht leben. Ja, so bringt das nichts. Und der Jesus antwortete, er sagte ihm, du blickst an diese, die großen Gebäude? Amen, ich sage euch, es werden kommen Tage, an welchen keinesfalls überhaupt nicht wird gelassen, hier ein Stein auf dem Stein, welcher keinesfalls überhaupt nicht zerstört wird. Wieder mit Lukas und Matthäus hier vereint. Keine guten Nachrichten. Na, war es das hier mit dem Gold, Silber und Edelstein und Perlen. Gesetzlich habend aber er auf des Berges der Oliven, also im Ölberg, gegenüber des Tempels, kamen zu ihm die Jünger gemäß für sich Petrus und Jakobus und Andreas. Also, allein zu ihm. Ja, weil natürlich das, ja, nicht so schöne Botschaften. Was, hier geht alles kaputt und, da macht man sich Gedanken. geschieht es noch meiner Generation? Was ist mit uns her? Ja, das hat man sich wahrscheinlich damals gefragt, so 30, 33 nach Christus. Lehrer, sage du uns, wann nun diese Dinge geschehen werden und was ist das Zeichen, wenn künftig alle diese Dinge abgeschlossen sein werden? Na, also, Jesus, erzähl uns mal alles von unserer nahen Zukunft und von der fernen Zukunft. Ja, das hätten wir gerne mal gewusst. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Du sagst ja, hier geht irgendwie alles kaputt. Sag uns doch mal, wie wir uns dazu verhalten haben. Wir und unsere Nachfahren, was wir dem mitteilen sollten. Können wir euch ja alles nachlesen, ne? Und antwortete Jesus, sagte zu ihnen, gebt Acht, nicht jemand euch möge irreführen. Ne? Also, zukünftig, wenn Jesus nicht mehr da ist, gibt es Menschen, die werden euch irreführen. Die Jünger Jesu. Ne? Das sind nicht die Apostel, sondern, denn wenn auch die Apostel tot sind, ja, die noch live Jesus zugehört haben, ja, danach, komm, geht schon los, frühzeitig, ne? Alles noch so 100 nach Christus, ja, wenn ich sogar schon früher an einigen Orten, wie wir lesen können. Also 50 nach Christus geht das Ganze schon los mit den Irrlehren, die sich ausbreiten in der Welt, ja, durch halt Verdrehung der Schriften und heidnische Bräuche und jüdische Bräuche, was weiß ich, alles so zu vermischen und das soll dann angeblich jetzt der neue Glaube sein von Jesus, ne? Sowas zum Beispiel, ja? Sowas kommt und davor warnt Jesus, das kommt, passt auf, passt auf, dass ihr nur das tut, was ich sage und was ich sage, lasse ich aufschreiben in die Bibel, ja? Also der Bibel könnte vertrauen, was da drin steht, aber was Menschen sagen oder was Menschen über die Bibel sagen, Kirchenväter und so, seid da vorsichtig, ja, weil ich weiß, dass ich jetzt schon drauf finde, da kommen Leute, die erzählen Blödsinn, ja, die werden dich von der absoluten Wahrheit irreführen, garantiert. Die einzige Sicherheit, die ihr habt, ist das, was aufgeschrieben ist, weil das werde ich euch weitergeben, das Alte Testament, masoretischer Text, da ist die Wahrheit, ja, und im Neuen Testament, da wird es ein bisschen schwieriger, aber auch nicht schwierig genug, ne? Guckt man sich halt mal die Übersetzung an und den Urtext und so ein bisschen, ne? Kommt man auch zum Ziel, garantiert. Aber alles, was darüber hinausgeht, hm, da sagt Jesus, aufpassen. Übersetzungen, ja, können irre für uns sein, Lehren, Interpretation, aufpassen, ne? Prüft alles, das Gute behaltet, wer das nicht macht, da läuft in Gefahr, irre geführt zu werden. Viele gewiss demnach werden kommen, indem meine Namen, sagend, ich bin der Christus und die Frist ist genaht. Ja, so, das ist in den letzten 2000 Jahren immer mal wieder passiert, ja, dass das hier, äh, vorkam, dass irgendeiner sagt, ich bin jetzt da, ich bin jetzt, Jesus ist wieder da und Jesus spricht durch mich oder ich bin Jesus und ich bin jetzt der Christus, der da kommen soll. Ja, da warnt er hier, wie gesagt, Christen, ja, er warnt, ja, hier die Christen. Und die sagen auch, jetzt ist es soweit, jetzt kommt das tausendjährige Reich, wir fangen jetzt an und ich sammle jetzt die 144.000 oder was weiß ich. Das gibt es schon seit 2000 Jahren in christlichen Konfessionen bis heute, irgendwelche Sekten, ja, und meinen die da irgendwie Gruppen, ob kleine oder große, sie haben jetzt die Wahrheit und das Ende ist jetzt nah und jetzt haben wir es Friedensreich und so, ja, muss man schon mal aufpassen, ne, hier sagt, und das kommt alles jetzt ab, 34 nach Christus aufwärts ist die Gefahr, dass immer mal wieder jemand kommt und sagt, er ist jetzt hier, der da kommen soll. Ja, wenn denn die Schriften man nicht kennt, dann hat man Nachteile. Vor allem, wenn in unserer Generation so etwas passieren würde. Nicht nun geht hinter ihnen her. Ja, also nicht die in die Nachfolge gehen, sondern kritisch prüfen, kritisch alles prüfen, nicht einfach glauben, was die Leute erzählen, weil das logisch klingt. Und viele werden irregeführt werden. Stets viele, nicht wenige, viele, ne, viele Menschen werden irregeführt werden. Ja, also die Masse, ja, nicht die wenigen, ja, heute sagt man solche zu mir, ich bin die irre gegangen, in meiner Minderheitgruppe, in der ich bin, ja, Christentum, ich sei jetzt irregeführt worden. Das behaupten die vielen, die vielen da draußen Christen meinen das zu mir. Und ich sage eigentlich andersrum, nicht ihr, ihr vielen da draußen, ihr seid irregeführt worden. Ja, ja, weil es ja schon angekündigt ist, dass es passieren wird. Ne, durch hier, das, ne, Lehrer suchen, wonach die Ohren jucken und so, ne, nicht ordentlich prüfen, nicht studieren, einfach nur glauben, was irgendwelche Leute sagen. Da kommt sowas bei raus. Ihr werdet künftig aber hören von Kriegen, also Schlachten, und Unruhen und Kunde von Kriegen. Ja, es wird alles so passieren. So jetzt, man denkt man, ja, Jesus, der geht jetzt und dann kommt irgendwie, ja, eine schöne Zeit und irgendwie, keine Ahnung, ne, aber jetzt können ich geschehen, nein, wir haben jetzt hier auf der Uhr, 34 nach Christus, wartet mal ab, die Zukunft sieht aus, voller Krieg und Unruhen, das geht trotzdem so weiter. Ja, in der Zukunft. Seht zu, nicht werdet bestürzt, nicht erschreckt euch, es muss gewiss demnach zuerst, dass alles geschehen, jedoch noch nicht sofort, ist die Vollendung. Ja, also immer mal wieder, wenn Krieg ausbricht, oh, jetzt ist das Ende nah, und, ja, und wieso kommt Jesus nicht, oh, Jesus ist nicht da, und, oh, vielleicht ist er doch nicht so richtig, der Glaube an Jesus. Ja, auch das, nicht bestürzen, nicht erschrecken, sondern am Glauben festhalten, und immer gucken, prüfen alles, ja gut, Krieg, ja toll, gibt's schon immer, Krieg hat jetzt nichts zu bedeuten, das Ende ist nah, ja, sondern hier, Jesus sagte mal schon, ein Krieg ist noch nicht die Vollendung, Unruhen, nicht die Vollendung, ja, heißt noch nicht, dass jetzt das Ende kommt, weil scheinbar in solchen Situationen Menschen immer glauben, jetzt ist es soweit, ja, guckt man sich mal YouTube an, durch Corona, oh, Endzeit ist nah, und jetzt ist es soweit, und Unruhen, jetzt ist es soweit, ja, das sagt man immer, das hat man bei Ersten Weltkrieg gesagt, Zweiten Weltkrieg, bei der Spanischen Grippe, sonst, das sagt man immer, jetzt ist es soweit, aber jetzt weißt schon hin, nee, 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 so nicht, wir dürfen jetzt hier nicht allein auf diese Dinge schauen, weil immer, wenn Kriege und sowas kommen, heißt irgendwie Sünde wahrscheinlich, Mars wieder voll geworden, müssen wir mal wieder aufräumen, macht Gott ja, ne, aber es heißt noch nicht, dass sie Vollendung kommen, sondern alles, was ich euch sage, jetzt, hier, das, wenn ihr das seht, dann, das muss erst passieren, und dann ist die Vollendung, ne, lasst euch also von Kriegen, nicht bestürzen und nicht erschrecken, es wird gewiss dem, nee, noch nicht hier, nur so was, es wird sich erheben, gewiss dem nach, ein Nationenvolk, über Nationenvolk, und ein Königreich, über ein Königreich, ja, ne, kleine Kriege, Weltkriege, nationale Kriege, ja, das kommt alles, und es kam auch schon, die letzten 2000 Jahre, immer mal wieder, und es wird es auch zukünftig noch geben, und es werden sein Hungersnöte, und Seuchen, ja, sind wir gerade mal wieder in der Seuche, eine Hungersnot in Deutschland, liegt schon 100 Jahre zurück, ja, Seuche auch, aber, ja, und Kriege, ja, wird es immer mal geben, wenn das Maß der Sünden wieder voll ist, ja, ja, das kommt alles ab 34 nach Christus, über 2000 Jahre lang, und große Erdbeben, gemäß den Orten, all, aber, dies ist der Anfang der Wehen, ja, der Anfang der Wehen, heißt, ne, wenn die Wehen kommen, gibt es da meistens immer so, ja, Zeichen von, Gott ist ja auch noch da, der versteckt sich ja nicht, sondern, er zeigt den Menschen immer noch, ne, vor allem, wenn sie machen, was sie wollen, mit solchen Taten, die er dann zulässt, damit die Menschen eigentlich, umdenken, umdenken, Buße tun, dafür sind die Dinge gedacht, ja, und irgendwann mal sind die Wehen vorbei, ne, letzten drei Wehen, ja, stehen im Buchoffenbarung drin, und dann ist ja auch Schluss, dann kommt die Vollendung, aber bis dorthin, sollen solche Sachen hier immer noch zu sehen, es ist kein Grund, sich zu erschrecken, sondern sich zu sagen, naja, Gott räumt wohl wieder auf, hoffentlich schon alle Buße, und dann irgendwann mal, ja, geht's weiter, zur furchtbringenden Mittel, außerdem auch, große Zeichen von des Himmels werden sein, ja, da steht's, furchtbringende Mittel, soll den Menschen Angst einjagen, ja, den Ungläubigen soll es Angst einjagen, die sind dann, ja, in Furcht, sollen sie sein, ja, wenn sie so eine Sachen sehen, und hier steht was von großen Zeichen am Himmel, ich glaub, heute fürchtet sich keiner mehr, wenn er da irgendwie eine Sonnenfinsternis sieht, oder so, das ist ein großes Zeichen, das kommt ja nicht so oft vor, oder ein Blutmond, naja, da kommt schon öfters vor, ich glaub, davor hat auch keiner mehr Angst heute, ne, also, aber, kann ja fast viel Größeres sein, ne, ja, große Zeichen am Himmel, ne, kommt da auf einmal so ein Raumschiff statt, aus der Sonne raus, oder vom Mond, das wäre ein großes Zeichen, ne, irgendwas am Himmel dort, irgendwas, was sich da groß bewegt, was sich normalerweise nicht bewegt, in einem Himmel sind, ja, dann kriegen die Menschen Angst, dann kriegen alle Angst wahrscheinlich, der eine mehr oder andere weniger, weil sich jetzt was Großes scheinbar mal verändert, und man weiß nicht, wie man darauf reagieren soll, wie die Natur darauf reagiert, vor aber diesen zugleich allen, also, bevor das denn alles so passiert, ja, geht das auch schon los, ihr aber gebt Acht, auf euch selbst, sie werden anlegen an euch, die ihre Hände, und euch verfolgen, zu übergeben in Synagogen, also Versammlungshäuser, und hinein in die Hohen Räte, ja, also die, sozusagen die Gerichte, in die jeweiligen Nationen, Gefängnisse, ihr werdet geprügelt werden, geführt vor Königen, und Stadthalter hingestellt werden, wegen meiner Person, wegen des, meines Namens, es wird, aber euch Gelegenheit geben, zur Bezeugung, ne, irgendwie scheinen die Menschen, die an Jesus glauben, scheinbar verantwortlich dafür zu sein, dass diese Dinge so sind, ja, Erdbeben, Kriege, da sind sie wieder die Brunnenvergifter, ne, irgendeiner hat immer den schwarzen Peter, den man jemandem zusteckt, ne, und dann, naja, wenn, dann liegt es dann an die Christen, auch, natürlich auch, aber in der Zukunft auch, das wird auch so sein, dass die Menschen in die Bibel ernst nehmen, und alles da trauen, glauben, was da drin steht, und zwar richtig, ja, die werden dann halt, die Probleme kriegen, ja, die auch, die grundsätzlich, andere vielleicht auch, aber die auch grundsätzlich, ja, die kommen dann halt, vor das Kirchengericht, ne, wie Sabbat halten, ja, und wie Speisegebote, Festtage Gottes, ja, wegen euch, hier geht die Welt unter, ja, das wird man dann den Christen sagen, ja, also den, den einen oder anderen Christen, ja, nun, dann wird es halt dazu kommen, 2000 Jahre lang, Verfolgung, ja, aber, wie wir sehen hier, soll uns auch eine Gelegenheit geben, ne, wenn wir angeklagt werden, von Juden oder Heiden, die nicht an Jesus glauben, ja, die an der Macht sind, im Gericht, oder Königtum, was auch immer, dann können wir ihnen ja nochmal sagen, ne, Achtung, ne, hier, Jesus Christus, das ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, auch wenn diese Leute das nicht glauben, alle, aber, naja, wann ist man schon mal vom König geführt worden, wenn aber sie abführen, euch zu übergeben, nicht überlegt für euch, in die eure Herzen nicht vorzusorgen, wie ihr verteidigend antworten sollt, auch nicht kümmert euch, ja, ah, wenn so ein Moment kommt, ah, jetzt geht es ins Gefängnis wegen dem Glauben, wegen dem Glauben, nicht hier wegen Ehebruch und Mord und Drogen verkaufen, was weiß ich, ne, sondern wegen dem Glauben an Jesus und den Glauben an der Bibel, ja, also gleichzeitig, ja, dann weiß man, gut, jetzt kommt man irgendwann mal von Richter, irgendwer, irgendjemand wird einen da ausfragen, die Kirche, der Staat, was auch immer, die Synagoge, Gott ist denn dabei und wird handeln, er wird dann die richtigen Worte in den Mund legen, dass man selber sich gar keine Gedanken hat, wie soll ich jetzt da sagen, brauchen wir alles nicht machen, Gott sorgt schon dafür, dass er dich dann leitet in den Situationen und auch schon in der Vergangenheit geleitet hat, wenn man da irgendwie mal vor Gericht steht, ja, kann man sogar im Neuen Testament lesen, solche Situationen gab es damals auch schon, da wundert man sich, wenn man da so liest, Mensch, wie konnte der das jetzt da sagen, der war ja, der hatte eigentlich gar keine Ahnung, der muss auch vom Geist geführt gewesen sein hier in dem Moment, ne, ich gewiss demnach werde geben in jener der Stunde euch in den Munde, dieses sprecht auch Weisheit, ne, die richtigen Worte, so dass denn der Gegner beschämt wird, welche keinesfalls sie vermögen zu widersprechen, auch nicht zu widerstehen, allen, die euch widerstreben, ne, Gott sorgt denn schon dafür, dass denn die richtigen Aussagen getroffen werden, in solchen Momenten, wenn seine richtigen Leute, ne, von der Anklagebank sitzen, keinesfalls gewiss demnach, es seid ihr, die Sprechenden, sondern der Geist, der Heilige, ne, ähnlich haben wir auch schon mal zum Beispiel, ne, der hohe Priester, der dann mal sagte, äh, ist es nicht besser, dass ein Mensch stirbt, als dass die ganze Nation zugrunde geht, ne, das sprach er ja auch nicht aus sich selbst, sondern Gott hat ihn dazu geleitet, weil er der hohe Priester war, zu der Zeit, ne, und so ist es auch in solchen Momenten, wir sprachen, brechen was, und wir wissen gar nicht, im Nachhinein, hab ich mir das jetzt ausgedacht, oder, hey, das war gar nicht so schlechte Worte, dass man dann, ohne dass man es merkt, geführt wird vom Heiligen Geist, die richtigen Sachen dann auch zu sagen. Aber es wird übergeben, ein Bruder dem Bruder, hinein in den Tod, und ein Vater das Kind, und sie werden aufstehen, Kinder über die Eltern, und werden sie zu Tode bringen. Ja, da haben wir es, ne, interne Familienstreit rein, der Juden, Heiden, was auch immer, Moslems, ja, immer wenn irgendeiner da zum richtigen Glauben kommt, kann er Probleme kriegen von seinen einen Familienangehörigen, ne, Islam sehen wir das heute noch in Deutschland, ne, was, da wird jemand Christ, ne, da wird dann schon mal der Bruder umgebracht, oder halt der Vater, wenn der Christ wird, von den eigenen Kindern, oder halt die Kinder, von den eigenen Eltern, ja, so ist das in der Zukunft auch. Wer dort den falschen Glauben in deren Augen hat, der wird getötet werden, wenn er damit meint, irgendwie Gott, Allah oder wen auch immer, Thor, Odin, ja, irgendwie meint, denen einen Gottesdienst zu erweisen, dass man jetzt in ihren Augen die Ungläubigen, die Ungerechten getötet hat, ne, aber das gibt dann nur Probleme, wenn es Gerechte sind, ja, Gott rechtet ja, wie gesagt, macht das Blut seiner Heiligen, an den Menschen, tja, wenn aber ihr wahrnehmt, da umzingelt ist, von her lagern das Jerusalem, na, jetzt geht er zurück auf die Anfrage seiner Jünger, ne, was ist denn los in der Zukunft, ja, was soll man denn machen, wenn die Stadt zerstört wird, wie wenn er bestimmt ja auch noch leben, wenn das in unserer Generation stattfindet, ne, und darauf geht hier Jesus ein, im Lukas-Evangelium, ja, er spricht also jetzt die nahe Zukunft an, er spricht sozusagen den Zeitraum, um 70 nach Christus an, also was alles in 40 Jahren geschehen wird, circa, und da sollen halt die Juden und die Nichtjuden, die das gelesen haben und in Judäa, oder gehört haben, in Judäa leben, ja, in Jerusalem auch leben, und die sehen, dass das dort bei ihnen vor Ort passiert, dann heißt es handeln, ja, um denen denn zu entfliehen, ja, also wenn Herrlager, das heißt, irgendwie hat er immer Probleme gemacht, wenn Herrlager vor der Tür steht, heißt es irgendwie, ja, die, die Bewohner des, des, des Gebietes, der Stadt, des Ortes, sind, ja, widerspenstig geworden, gegenüber der Macht, die dort jemand hat, wie jetzt das Römische Reich damals, ja, und wenn das kommt, ne, dass jemand sagt, ach, wir geben keine Abgaben mehr den Römern, dann weiß man, oh, oh, dann kommt der Römer vorbei, mit dem, mit dem Herrlager, ne, wie damals auch hier in Ibuquadnezar, mit den Babyloniern, ne, als irgendwie auch meinten die Leute, oh, soll der Babylonier kommen, wir geben dir keine Abgaben mehr, ne, also da kamen auch die Herrlager, ne, und hier, wie gesagt, da hat ja auch hier Römer gesagt, ne, Leute, läuft über, haut jetzt noch ab, dann könnt ihr euer Leben retten, ne, und hier in ähnlicher Weise sagt das Jesus auch, ne, wenn die Herrlager kommen, ja, umzingelt ist Jerusalem, was ist dann? Dann erkennt, dass genaht ist ihre Verödung, ne, haben wir davon gelesen, ne, hier wird alles verödet werden, die Verwüstung, ja, dann ist es soweit, dann geht alles kaputt, ne, darauf sollen die Juden und Heiden, die dort leben, ne, achten, gucken, weil das wird wahrscheinlich nicht mehr so einfach passieren, dass Herrlager um Jerusalem umzingelt sind, bis es soweit ist, und das geschah dann 40 Jahre später, circa. Dann, die in dem Judäa, ne, also den ganzen Südreich, sollen fliehen, ne, das kriegt man ja so mit, ne, es gab noch keine Zeitung, ne, aber es gab schon Mundpropagungen, Achtung, die Römer kommen, ja, weil hier irgendwie Städte rebellieren gegen Rom, ne, ja, dann, auf geht's, alle Juden, die an Jesus glauben, alle Haien, die dort leben, ne, sollen fliehen in die Berge, ja, weil es gibt keinen Schutz mehr in der Stadt, wenn Jesus sagt, es wird alles kaputt gemacht, dann braucht man sich in der Stadt nicht mehr zu schützen, wer nicht an Jesus glaubt, der wird denken, hinter den großen Mauern, da werden wir es sicher haben, ja, da kann man glauben, ne, aber, funktioniert nicht immer, wenn die Geschichte zeigt, funktioniert oft, aber funktioniert nicht immer, und die in ihr inmitten der Stadt, ne, die dort sind, ne, sollen aus ihr weichen, und die in den Gegenden, nicht sollen eingehen in ihr, ne, das ist natürlich schlecht, wenn Juden dort ihre Häuser haben, in der Stadt, ne, oh, ist mein Haus aufgeben, nein, ich hab hier meine Heimat, ja, 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 gut, dann bleib da, aber dann gehst du drauf, ne, oder es verschleppt, Sklaverei, auf jeden Fall, hier wird alles zerstört, ne, hat man die Botschaft damals ernst genommen, und dann auch noch 70 nach Christus circa ernst genommen, oder halt gesagt, ach, Jesus meint es bestimmt anders, ja, gab es Probleme dann, da Tage der Rache, diese sind, dessen erfüllt werden all die Dinge, die geschrieben sind, ne, Rache, da haben wir es wieder, ne, ja, haben wir gesagt, ne, Blutschuld wird heimgesucht, an den Juden, an den Mördern, an den Nachkommen der Mörder, ja, keine Buße, gibt Ärger, ja, wer aber denen im Bauch Kinder haben denn, ne, schwanger, und den Säugenden, ne, Kleinkinder aufziehen, in jenen den Tagen, ja, ist nicht so toll, wenn da irgendwie eine Familie mit Kleinkindern und schwangere Frauen da irgendwie jetzt die Stadt verlassen müssen, ihre Wohnung und dann im Wald schlafen müssen, ja, mal so als Beispiel, es wird sein gewiss demnach eine große Not, in dem Land, ne, so war es, die Römer kamen und haben aufgeräumt, und Zorn an dem, diesen Volk, ne, mit Gottes Willen geschah das, ja, dass die Römer dort die Juden platt gemacht haben, um 70 nach Christus, ja, um der Sünde willen, um des unschuldigen Blutes, das sie vergossen haben, und ihre Buße, die nicht da war, und ihren Unglauben an Jesus, tja, und sie werden fallen mit der Schwertesschneide, ne, die Römer kamen mit Gewalt und Schwert, und haben Millionen von Menschen niedergemacht, die nicht an Jesus geglaubt haben, oder die, die zwar Christen waren, aber nicht auf die wahrenen Worte Jesus gehört haben, schlecht, wenn man die Bibel nicht gut kennt, als Christ, und werden gefangen weggeführt, ne, die Einwohner der Städte in Judäa, 70 nach Christus circa, in all die Nationenvölker, und Jerusalem wird zertreten werden, von den Nationenvölkern, bis erfüllt werden möge die Fristen der Nationenvölker, ja, ja, Juden werden verschleppt, verkauft in die ganze Welt, ja, und Jerusalem wird kaputt gemacht, geschah dann alles 70 nach Christus, von den Nationenvölkern, ja, alle, die im Römischen Reich angeschlossen waren, die haben für Rom gekämpft, bis wann, soll denn das alles anhalten, ne, Stadt ist kaputt, und wie lange soll das anhalten, dass es so bleibt, kein Tempel, kein Gottesdienst mehr, ja, bis die Fristen der Nationenvölker erfüllt sind, wann ist das? Das 2000 Jahre später, warum das so ist, mach ich mal einen extra Vortrag drüber, ja, so ist die Zeit, wenn die Zeit erfüllt wird, ne, wäre jetzt umgerechnet, ab 34 nach Christus hochgerechnet, ja, sind wir wieder beim Jahr 2000, 2030, 2034, da gibt's dann wieder, ne, Tempelordnung, Opfer, kommen denn wieder, ja, dann ist die Zeit der Nationenvölker um, spätestens dann, ne, nach der Tempelzerstörung, kann man ja auch rechnen, ne, 70 nach Christus plus 2000 Jahre sind wir bei 2070, ne, in diesem Zeitraum, 2034 bis 2070, wird das hier alles erfüllen, dann sind die Fristen der Nationenvölker um, dann werden sie übergeben euch, ne, geht's hier mit Matthäus weiter, jetzt bespricht Matthäus, spricht auf das Ende an, das gänzliche Ende, Lukas auf 70 nach Christus, Matthäus und Markus auf 2070 nach Christus, 2000 Jahre später, die Endzeit, dann werden sie übergeben euch in die Bedrängung, und sie werden euch töten, und ihr werdet gehasst von allen der Nationenvölker, wegen des, wegen denen mein Name, ne, wegen, dass sie an Jesus glauben, und in der Endzeit taucht jemand anderes auf, der sagt, ihr müsst an mich glauben, ne, und wenn ihr nicht an mich glaubt, dann seid ihr böse und verantwortlich dafür, dass ihr alles zugrunde geht, also, die Heiden sollen was unternehmen, ja, damit hier, die, die an Jesus glauben, an das Neue Testament glauben, gänzlich an das Neue, richtig an das Neue Testament glauben, die werden dann verfolgt werden, ja, und dann werden in einem Fallstrick geraten viele, ne, wer denn? Christen, da ihr redet wieder über Christen, ihr redet ja nicht über Juden, die nicht glauben, sondern es werden viele, das heißt, es wird eine Sünde, ja, vorgelegt, eine Verführung, und wer da hineintappt, ja, viele sind es, die da hineintappen, warum, wo, wieder wegen keiner Buße, Mangel an Schriftkenntnis, man lebt mit der Welt zusammen, das sind viele Christen am Ende auch, die da hineintappen werden, und was werden sie da machen? Einander verraten, und sie hassen untereinander, ja, das ist ja heute schon zu sehen, Christen untereinander hassen sich, verraten sich, wenn in irgendeiner Weise dort, nicht so gleich geglaubt wird, wie der andere glaubt. Auch viele falsche Propheten werden sich erheben, und sie werden viele irreführen, ja, geschieht auch schon seit 2000 Jahren, immer mal irgendeiner, der meint, er wäre von Gott geschickt, und gibt den Heiligen Geist, und bringt Botschaften von Gott, und ja, neue Lehren, und so weiter, was vielleicht auch Falsches, ne, irreführen kann, ja, und da wird nicht geprüft, einfach geglaubt, er ist ja ein Prophet, oder eine Prophetin, naja, wenn die sagt, kein Fleisch mehr essen, oder was weiß ich, kein Alkohol mehr trinkt, dann muss sie ja richtig sein, naja, auch durch das Vermehren der Ungesetzlichkeit, wird erkalten die Liebe der vielen, ne, auch das ein Problem, Gesetzlosigkeit nimmt zu über 2000 Jahre, man hält sich nicht mehr an die Gesetze, man verlässt die Gesetze, Menschen, die an Jesus glauben, verlassen immer mehr die Gesetze, manche werden umgedreht, oder halt, mal mehr, mal weniger eingehalten, ne, das führt auch dann halt, dass die Liebe dann, ja, versiegt. Der aber ausharrt, bis zur Vollendung, also der Christ, der sagt, ich glaube weiter an Jesus, und an alles, was in den Schriften steht, ich lasse mich nicht irreführen, ja, dass mir irgendjemand sagt, irgendwas sagt, aber die Schrift sagt was anderes, das Neue Testament, so genannt das auch das Alte Testament, ja, was ist mit dem, dieser wird gerettet werden, ja, wie auch immer gerettet, steht hier nicht, ja, ewiges Leben, Entrückung, was auch immer, ja, letztendlich hat der bessere Karten, der bis am Ende standhält und sagt, ich glaube nur, was geschrieben steht, und das aller anderen gucke ich mir kritisch an. Ihr werdet übergeben aber auch von den Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden und sie werden von euch welche zu Tode bringen, ne, wie man sagt, 2000 Jahre geschieht das, Juden und Nichtjuden, die ihre alten Religionsgenossen, die jetzt an das Neue Testament gläubig geworden sind, dann halt, wie gesagt, auch zu Tode bringen, die Nachbarn, Freunde, Verwandte, Familienmitglieder, wird es Zukunft auch alles geben, gibt es heute schon, gab es vor 2000 Jahren schon, ja, wenn die Zeit der Not zunimmt. Und ein Haar aus des eures Hauptes, keinesfalls überhaupt nicht wird verloren, ja, Gott achtet darauf und Gott hat die Kontrolle darüber und Gott wird alles rächen, wenn jemand Unschuldiges umgebracht wird, ja, oder ein gerechtes Blut geopfert wird durch die Bösen, ja, und Gott hat es dann in der Hand, wer gerettet wird, wer nicht, wer überlebt, wer nicht überlebt, ja, Gott ist nicht an einem Chaos, wo er sagt, naja, wie sollen wir jetzt noch den ganzen Schrecken hier aufhalten, nein, Gott behält die Kontrolle, aber er lässt es zu, dass Menschen geprüft werden, geläutert werden, Christen, die nicht ordentlich wandeln wollen, ja, da wird es halt mit Gewalt probiert, wenn das nicht hilft, dann tot, ja, zur Abschreckung für andere, die dann vielleicht doch noch umdenken, sowohl Heiden als auch Juden, als auch Christen, die in die Reion geführt wurden. Und hinein in all die Völker muss es zuerst heroldig verkündigt werden, das Evangelium des Königreiches. Ja, ist doch heute schon, naja, es ist die Frage, ob das richtige Evangelium verkündigt wurde, ja, doch falsche Evangelien lesen war, ne, falsche Botschaft, die nicht ganz richtig ist, also erst wenn die richtige Botschaft mit allen Völker gebracht ist, ja, dann erst kommt das Ende, ja, also scheint irgendwas die letzten 2000 Jahre nicht ganz richtig gelaufen zu sein mit der Evangeliumsbotschaft. Wahrscheinlich wurde nicht alles so richtig erzählt den Leuten da draußen in Heiden, was sie zu tun haben und den Juden. In der ganzen Eukumene, na, ist gemeint, die bewohnte Erde, zur Bezeugung aller der Nationen Völker und dann wird eintreffen die Vollendung. nochmal klar den Leuten aufzuzeigen, Leute, das ist es, das glaubt, das tut und macht. Wollt ihr nicht? Gut, dann geht doch alle drauf. Oder fast alle, ne, so ungefähr ist dann das Ende, was dann da kommen wird. In den nächsten, von uns aus gesehen, 50 Jahren. Sie fragten aber ihn, sagend, ja, also jetzt ist ja eine Jünger war noch, ne, und was ist das Zeichen der deiner Anwesenheit? Ne, also wissen wir ja scheinbar, okay, wir müssen ja erst diese Botschaft in die ganze Welt hinaustragen, das wird nicht gleich morgen sein, das heißt, es wird ein paar tausend Jahre dauern, ja. Und jetzt wollen wir aber auch wissen, jetzt sag uns aber Jesus, wenn wir nicht nach Kriegen und Seuchen und so, wenn das nicht das Zeichen ist deiner Wiederkunft, dann sag uns doch, aber was ist jetzt das Zeichen deiner Wiederkunft? Wann wissen wir, dass du jetzt gleich bald zurückkommst? Ja. Das Zeichen deiner Anwesenheit, damit kann man übersetzen, manche Wiederkunft, und des Abschlusses des Zeitalters. Also, wann ist denn hier endlich Feierabend? Wie schon gesagt, 2000 Jahre, deines Feierabends, 2034 bis 2070, wird sich das erschrecken, bis dann das Zeitalter abgeschlossen ist. Wenn nun ihr zu Gesicht bekommt, sagt Jesus, also er beantworte auch die Frage, den Gräuel, oder die grauen Folge, der Verwüstung, oder der Verödung, ja, welche denn die, von Jerusalem? Nein, die spricht er hier nicht an, und zwar, die geredet wurden von Daniel, des Propheten, na, der hat darüber geredet, Daniel Kapitel 8, 9, 12, ja, 11, da steht sowas drin, wenn ihr das seht, dann ist es soweit, ja, da bezieht sich also auf Daniel, natürlich, stimmt ja auch, ich kenne die Bibel, ich sage, ja, da steht, Daniel, da stehen Sachen drin, über die Endzeiten, auch wenn einige Christen das nicht glauben, ne, also es geht um den, die grauen Folge der Verwüstung, also irgendetwas, was eine Verwüstung anrichtet, ein Gräuel, der wird was tun, der wird stehen, an heiligem Ort, wo keinesfalls es darf, ne, gibt, wer die Thora nicht kennt, der hat ja gar keine Ahnung, was hier steht, gibt ein Thora-Gebot, im Alten Testament, ja, über ein Gebot, wo etwas nicht stehen darf, an einem heiligen Ort, im Tempel, ja, da wird es wohl etwas geben, das da steht, also Leute, Thora nicht da stehen darf, ja, also, wenn das mal sein sollte, ne, müssten wir jetzt ja warten, bis überhaupt so ein heiliger, einen heiligen Ort haben wir noch gar nicht, ja, viele würden sagen, ja, in der Gemeinde, ist ja der Tempel und so, ne, können ja Christen alles glauben, wenn sie meinen, wird viel komisches Zeug da draußen geredet, im Christentum, schon seit 2000 Jahren, aber es wird dann einen Tag kommen, wo das passierte, ja, da steht etwas am heiligen Ort, ja, wo es nicht darf, und der es liest, also was in Daniel steht, er begreife, dann in den Judäer, also wenn das denn gesehen wird, und die in Judäer leben, also dem heutigen Israel, die sollen fliehen, auf die Berge, ja, ne, gleicherweise, wie damals auch die abhauen sollten, als die Herrlager vor Tür standen, jetzt soll man 2000 Jahre später abhauen, aus Judäer, wenn man da etwas stehen sieht, im Tempelbereich, ja, äh, wo etwas nicht stehen soll, ja, und wenn jetzt jemand meint, dass es irgendwie alles schon passiert, das macht gar keinen Sinn, ja, damals, 70 nach Christus, da konnte gar keiner fliegen, ja, ging ja gar nicht, ne, als da irgendwie immer meint, die Römer sind in den Tempel einging, marschiert, mit ihren, irgendwelchen Dingen, die sie aufgestellt haben, da konnte man nicht fliehen, ging gar nicht, da war kein Platz mehr, auf die Berge zu fliegen, die Römer haben alles eingekesselt, ja, geschichtlich gesehen, weil einige glauben, es hätte sich alles schon erfüllt, 70 nach Christus, das ist totaler Quatsch, hier geht es um die Endzeit, die Zukunft, die Nahezukunft, der aber auf des Baus, also irgendwo eine Baustelle, irgendwas was aufgebaut wird, sich da gerade befindet, nicht steige herab hinein in das Haus, ja, oh, da ist irgendwas, da steht irgendwas, sieht aus wie eine große Holzstatue, oder irgendwas da, sieht aus wie ein Drache, naja, egal, auch nicht komme er hinein aufzunehmen, etwas aus seines Hauses, ne, nicht da rein, und oh, jetzt mal Sachen packen, ich glaube, wir müssen wegziehen, irgendwas stand da am Buch, Matthäus, Lukas, Markus, und der hinein in das Feld, seiende nicht, wende er sich oben hin zu, den Dingen hinter ihm, ne, also alle, die dort leben, die das denn sehen, das ist dann circa dreieinhalb Jahre, bevor es wiederkommt, ne, geht jetzt also nicht um heute, es geht um das Ende, wo es wiederkommt, aufhebend, die seine Bekleidung, ne, soll er nicht machen, raus, abhauen, jetzt geht es hier, so ähnlich wie Lot, raus aus der Stadt, alles platt gemacht, wer aber denen im Bauch, die schwanger sind, ne, auch zu dieser Zeit, und den Stillenden, in den jenen Tagen, ne, immer wenn sowas ist, alles abhauen, Sachen packen, oder nicht Sachen packen, und ja, wir müssen noch die Trinkflasche für das Kind holen, was weiß ich, ja, da sind natürlich schwanger, da Mütter und Kleinkinder zu versorgen haben, in einer schwierigen Situation, ne, betet aber, dass nicht geschieht, die eure Flucht, im Winter, kann man auch im Unwetter übersetzen, auch nicht am Sabbat, ne, das, da kann man noch beten, da kann man auf Einfluss nehmen, ja, diesen Tag, so ungefähr, wo halt, der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, ja, ja, weil es halt schlecht ist, ne, im Unwetter oder im Winter, raus in die Wälder, das ist noch kalt, ne, und nass, unpassend, ne, für eine Flucht, und am Sabbat, ne, ist auch nicht so, ist ja nicht erlaubt, ne, Sabbatweg, warum, denn verlasst ihr die Stadt und gibt es einen Grund dafür, warum geht ihr in die Berge, Sabbatweg gebrochen und so, gibt auch da Probleme dann mit Juden, da kannst du nicht sagen, ja, guck mal, da ist was aufgebaut im Tempel, das darf da nicht sein und deswegen, das müssen wir abhauen, das reicht nicht als Begründung, damit die Wachen denn einen ungestraft lassen oder nicht verfolgen, sie werden sein gewiss demnach die jene Tage eine große Bedrängung, derartig keinesfalls geschah, solche von Ursprung der Schöpfung seit Anfang der Welt, also die größte schlimmen Umstände, die man sich vorstellen kann, deren schuf der Gott bis des jetzigen und auch nicht keinesfalls überhaupt nicht möge sie mehr sein, ne, die schlimmste Zeit, die es jemals gab, das ist erst 2050 oder anders gesagt 2004, bis 2070 werden diese Zustände sein, meist achtens wird hier um die Zeit gesprochen, 2060 rum, ja, plus minus 10 Jahre oder plus minus 20, wobei eher 2070 plus minus 10. Ja, und wenn nicht der Herr verkürzen würde die jene Tage, keinesfalls etwa wäre gerettet jedes Fleisch, aber um Willen der Auserwählten wären sie abgezogen, wären die jene Tage. So schlimm ist der Zustand da, der Gräuel der Verwüstung, der scheinbar Verwüstung anrichtet, der Antichrist, die Nachfolge des Antichristen, ja, der Satan, der falsche Prophet, das Bild des Tieres, Gott, sein Zaungericht, ja, da sterben Menschen, ja, und wenn Gott nicht eingreifen würde, würden alle sterben, alle sterben, weil alle den Tod verdient hätten oder Gott da niemanden mehr schützt in dem Zeitraum, ja, und sagt Gott, nein, wir werden die Sache hier verkürzen, das heißt, Jesus kommt früher zurück, als es eigentlich, ähm, könnte, ne, sagen wir es mal so, um der Außerwesen willen, Tage steht hier, ne, jene Tage sollen verkürzt werden, vermutlich sind es genau sieben Jahre, habe ich in einem anderen Video schon erklärt, warum es sieben Jahre sind, ungefähr, wahrscheinlich genau sieben Jahre, ja, gut, dann ziehen wir die Zeit ab, die sieben Jahre, und packen die hinten nochmal ran, ne, gibt ja nochmal eine Endzeit, am Ende des tausendjährigen Reiches, und, dass außerdem, wenn etwa jemand euch sagen möge, siehe, hier ist, hier der Christus, oder siehe dort, nicht möge die es glauben, ne, also auch hier wieder Achtung, wenn immer mal kommen Leute, die sagen, da, Jesus ist da, Jesus ist da, ne, komm mal mit, ne, sagt er auch, vorsichtig, es werden aufstehen, gewiss demnach falsche Christusse und Lügenpropheten, und sie werden vollbringen, große Zeichen, und Wunder, ne, hat die das auch gemacht, ne, wenn da jemand kommt da, guck mal, ich kann Wasser zu Wein verwandeln, über Wasser laufen, Krankheiten heilen oder so, ja, dann, ist die Verführungsschance groß, ja, warum machen die das? Dazu, um Irre zu führen, ne, Christen, Nicht-Christen, Juden, ja, ja, von der Wahrheit wegzuführen, wenn möglich, auch die Außerwählten, ne, also bei den Berufenden wird es klappen, bei den Außerwählten nicht, die Außerwählten, die, checken, die wissen, wo es lang geht, die lenkt und führt Gott, ja, aber die Berufenden, das ist die Masse der Menschen, die läuft in Gefahr, irregeführt zu werden, ne, natürlich eigene Schultern, kann man nicht sagen, ja, aber, nein, jeder hat die Möglichkeit, der Mensch ist nur zu faul, die Möglichkeit zu ergreifen, oder zu feige. Ihr aber gebt Acht, sagt Jesus weiter zu seinen Jüngern, ich habe im Voraus gesagt, euch alles jenes, seht, wenn etwa nun, sie sagen zu euch, siehe, in der Wildnis ist er, oder in der Wüste, nicht mögt ihr ausgehen, siehe in den Kammern, glaubt es nicht, hier ist es irgendwo heimlich, irgendwo gekommen, ne, bis heute gibt es Christen, Religion, die sowas glauben, und ankündigen, ebenso wie gewiss demnach, der Blitz ausgeht von Osten, und erscheint bis Westen, so wird es sein, auch die Anwesenheit des Sohnes des Menschen, also es wird jeder sehen, ja, also jeder weiß, oh, da kommt jetzt Jesus wieder, das ist das Zeichen, da kommt jetzt Jesus wieder, also nichts mehr, irgendwie, komm mal mit, Jesus ist wieder gekommen, was, ja, los, komm mal mit, so wird es eben nicht sein, und so wird es aber davor verkündigt, 2000 Jahre lang, wo gewiss demnach, wenn etwa ist der Gefallene, also der Tote, dort werden versammelt die Geier, ne, ein Einschub hier von Matthäus, was sich das auch immer beziehen soll, manche glauben, es hat mit der Entrückung zu tun, und mit dem Ort, wo Jesus wiederkommt, ja, gibt es mehrere Interpretationen, sofort aber nach der Bedrängung, der jener Tage, ne, also geht immer noch darum, ne, Gold der Verwüstung, ab in die Wälder, ja, dreieinhalb Jahre, ist ja jetzt noch an Zeit, ja, die da erstmal rum sein müssen, ja, wenn die Bedrängung, die große Bedrängung, vorbei ist, durch den Feind, ja, die Sonne wird sich verfinstern, und der Mond keinesfalls geben, seinen Lichtschein, und die Sterne werden fallen, von des Himmels, und die Mächte, die in den Himmeln, werden erschüttert sein, ja, letzten dreieinhalb Jahre, da wird das alles passieren, auch, ne, so Zeichen noch, die Gott sendet, in diesem Buch Offenbarung, ja, gut, Sonne verfinstern, und Mond, wird jetzt nicht den Menschen, so wirklich, Probleme bereiten, Hilfe, Endzeit, ne, aber die Folgen daraus, die sind halt problematisch, wenn ja noch die Sterne vom Himmel fallen, ne, was auch immer damit gemeint ist, ja, Meteoritenschauer, oder symbolisch kann das auch betrachten, da gibt es unterschiedliche Auslegungsmodelle, ja, auf jeden Fall, gibt es Probleme, vom Himmel herab, ne, große Zeichen am Himmel, außerirdische Dämonen, Satan, Raumschiffe, was weiß ich, Meteoritenschauer, ja, tja, da wird es rappeln, im Himmel, nicht in der Kiste, und es werden sein Zeichen an der Sonne, und des Mondes, und der Gestirne, auch auf der Erde, Beklemmung der Nationvölker, mit Ratlosigkeit, beim Brausen des Meeres, und bei der Erschütterung, ja, die Zeiten werden schlimm, und die Menschen, die keinen Halt haben, die sich nicht auskennen, mit Gott und die Bibel, ja, die werden wahrscheinlich ratlos sein, Angst haben, Beklemmung, was ist das, ne, wahrscheinlich folgen wie da, die Sonne und Dämonen spielen verrückt am Himmel, ja, die wandern, und die Sterne, guckt in den Nachthimmel, äh, Wolken klar, und Sterne sieht man alle, und auf einmal bewegen die sich alle, so, ganz schnell hin und her, da würde man wahrscheinlich als Beobachter sagen, was, was ist da los, und was hat das für Ausführungen auf die Erde, und die Natur, ich glaube, es geht die Welt unter, ja, da wird jeder Beklemmung wahrscheinlich bekommen, die Bibel nicht kennt, ja, und ratlos, was ist das, und brausen, und dann, keine Ahnung, Ebbe und Flut, und der Mond spielt verrückt am Himmel, und, ja, sieht erstmal komisch aus, ne, da denkt erstmal jeder nach, ist jetzt das das Ende, ja, wer die Bibel kennt, ne, keine Angst, erschreckt nicht, ja, ne, der Christ müsste eigentlich sagen, boah, guck mal da, steht doch in der Bibel, Wahnsinn, ja, und die, die nicht das Kennen und glauben, die haben mit Angst und Schrecken zu tun, in den Momenten, schrecken die Selbstmordrate ziemlich hoch, in der Zeit, erstarren werden die Menschen, verfurcht, und die Vorahnung der Dinge, was kommt über die Wohnerde, ja, Weltuntergang, ne, denkt man denn, guck mal da, hier bricht ja alles auseinander, und, ja, da werden die Menschen mit ihrer Psyche große Probleme bekommen, ganz bestimmt, die den Inhalt der Bibel nicht kennen, und dann wird erscheinen, das Zeichen des Sohnes des Menschen, ja, das machen wir aber nicht mehr, ja, Vers 30, Seite 229, da werden wir dann erst nächste Woche, so Gott will, wieder einsteigen, ne, also, hier, reicht erstmal der Bericht, was alles noch geschieht, bevor es wiederkommt, ja, die letzten 2000 Jahre, sind die mal so aufgezählt, was da alles auf Christen zukommt, Kriege, Hunger, Seuchen, und dann halt irgendwann mal auch wieder, spielt Jerusalem eine große Rolle, der Tempeldienst spielt eine Rolle, die Tora spielt eine Rolle, heute noch nicht, heute leben zwei Juden in Jerusalem, aber die haben keine Rechte, da kann kein Tempel, kein Opferdienst, das gibt es erst alles wieder ab 2034, 30 rum, frühestens, 27 so ungefähr, ja, ja, und dann, dann gehen erst die richtigen Sachen ab, ja, ja, heißt warm anziehen, oder kalt anziehen, wie auch immer, ja, wer noch Fragen hat, zu der Lesung von heute, der schreibt es im Kommentarbereich, und ich werde gegebenenfalls darauf eingehen, und nächste Woche, so Gott will, werden wir dann hier mit den nächsten 15 Seiten weitermachen, bis dahin, Shalom.